Wir lassen den zweiten und dritten Platz führen, und in dieser Rubrik wird es jetzt abgehen, die Siegerin und die Reserven-Siegerin herauszufinden. Der Helmut von Ring, Partner, hat gerade im Treffen gesagt, ist schwer, und daher ist er auch. Schön, dass Sie das mit uns beiden teilen. Nichtsdestotrotz möchte ich auch hier ein kleines Finale angehen, und das ist für mich nicht auf Grunde einfach rein, sondern weil das für mich in dieser Kategorie die besten wir sind, und zwar, dass die beiden Klassen der Drittkampf führen, die wir in der Publikum haben, die wir in der Publikum haben. Und die Majora haben wir nicht mehr.